Musik Jetzt bei mir die beiden Teamcoaches von Panterei, Luther Liebe, dem Tabellenführer des ersten Kampftages hier in Witten. Reinhard und Huij, herzlichen Glückwunsch doch mal. Wie war es für euch? Wir können es im Moment noch nicht richtig fassen. Ich bin total heißer vom Schreien. Erster Kampf haben wir gewonnen, das war das, was wir wollten. Und dann haben wir uns gesteigert gegen den Combatclub Kolonj, wieder gewonnen. Und das letzte hatten wir Taifung Luther Libre und haben wir wieder gewonnen. Das hätten wir ja nicht gedacht. Wir sind beide überglücklich. Den hausholen Favoriten Taifung Luther Libre natürlich in Schach zu halten, ist natürlich auch schon eine große Leistung. Die haben im letzten Jahr halt die Division gewonnen. Habt ihr das vorher wirklich nicht träumen lassen können, jetzt anzutreten und euch alle zu schlagen? Naja, wir haben jetzt vor einigen Tagen dann erfahren, dass wir gegen Combatclub Kolonj und Taifung Luther Libre kämpfen müssen. Und da haben wir uns beide erstmal in den Arsch gebissen und gesagt, verdammt, wir wollen einfach nur nicht letzter werden. Und das war eigentlich unser Ziel gewesen. Als wir Mülheim geschlagen haben, ist unser Ziel erreicht worden. Und das wir Combatclub und Taifung besiegen, das haben wir uns nie zu träumen erwagt. Also wirklich unglaublicher Sieg. Wir haben alle mitgefiebert und ich kann es auch kaum noch fassen. Es war ja auch wirklich ziemlich emotional, auch gerade beim letzten Kampf eben, gerade gegen Taifung. Da gingen ja alle mit, alle haben geschrien bei euch. Ist der Zusammenhalt wirklich, obwohl ihr auch unterschiedlichen Teams seid, wirklich schon so groß, dass ihr sagen könnt, ja klar, das Finale trauen wir uns ohne weiteres zu? Also der Zusammenhalt ist auf jeden Fall sehr gut. Rui und ich kennen uns schon ziemlich gut. Wir sind gut befreundet und verstehen uns super. Die Jungs von Team Andisputed und die Jungs von Pantarelli Luther Libre, also die Teams sind sehr ähnlich. Ja, so wie beide Jungs, sehr dynamisch, wir sind super motiviert. Das ist eigentlich, passen sehr, sehr gut zusammen. Ja, wir hätten aber echt nicht gedacht, dass wir hier so gut abschneiden. Und ja, man kann jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf uns gefasst sein, auf uns zusammen. Hat man auch gesehen, auch gerade beim ersten Kampf schon. Und da habt ihr also völlig überzeugt und da hat also schon der Franco zu mir gesagt, pass mal auf, die kommen noch richtig weit, die Jungs, hat er dann zu mir, hat mich zur Seite gezogen. Wie wäre das überhaupt für euch sein? Wo wart ihr die letzten Jahre denn? Ja, die letzten Jahre, will ich mal sagen, haben wir sehr tief gestapelt. Also wir haben uns am Anfang erst aufs Kickboxen konzentriert, danach auf Mixed Martial Arts. Und jetzt mittlerweile sehr stark aufs Grappling, seit ich den Grey kenne, über den Philipp. Danke nochmal, Philipp. Genau, Philipp, ja. Ohne dich würden wir heute hier nicht stehen, haben wir uns so gut ergänzt und gesagt, oder Ray sprach mich an Hui. Wir haben kein komplettes DGL-Team, wir haben auch kein komplettes DGL-Team, haben wir kurzhand gesagt, du, wir schließen uns zusammen, wir versuchen unser Glück. Und ja, und heute stehen wir hier. Das ist das Ergebnis, ja. Erstmal, herzlich willkommen, habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen? Irgendwie noch sich bei jemanden zu bedanken, oder? Oh ja, an Wente Scheiting, vielen Dank für die Raschkars, ja. Und ja, wir suchen noch einen Sponsor für die Shorts. Ansonsten halt, ähm, vielen Dank an dem ganzen Team, ja. Team an die Sputte, zum Batterie Lutter Libre. An die Freundinnen, die uns dann an dem Wochenende nicht mehr sehen, ja, auch vielen Dank. Ansonsten auch an unseren Trainern, Mike Küppers und Theo Zirnpass, ja. Die bringen uns das bei und, ja, vielen Dank. Auch hat dich da mal Hui? Ray hat sich bei allen bedankt. Ja, ich wünsche nur noch den Christoph gute Besserung. Genau. Ich hoffe, den Sieg von heute, die Siege, die wünsche ich mir, ja. Genau. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten. Vielen Dank an dich auch. Ja, danke. Bis. Ja, das sind meine Urkunden, ja. Ich bin letztens schon, ähm, von Mike. Und jetzt habe ich die Urkunden gekriegt. Ja, vielen Dank, Mike. Okay, genau. Noch eine, noch eine tolle Sache. Also nicht nur halt die, die, die Visions, die Visionszieg, sondern auch noch die Urkunde dazu. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.